Guten Morgen, wieder wegzunehmen. Es ist so schön, mal wieder in Deutschland zu spielen. Schön, dass wir wieder zurück sind. Es ist wirklich, wie sagt man auf Deutsch, fantastisch. Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Und wir probieren heute eine Kombination vorzunehmen. Eine Kombination aus euch, aus uns. Und im Idealfall macht diese Kombination aus uns allen im Schluss etwas, was wir ohne diesen Abend nicht hätten. Und darüber haben wir einen Song geschrieben. Und wir kombinieren. Guten Tag. Ich werd die Regeln noch verstehen. Und auf einmal hier was fragt. Worauf man hier im Test gefällt. Dann war man selbst beklagt. Wie man gelacht, wie man hier liebt. Wie man die Dinge hier so sieht. Ich werd begreifen und dich interessieren. Frag dich bitte. Bitte, ich komm. Ich komm. Ich komm. Und wir gehen. Und ich komm. Ich komm. Es kann uns schon passieren, es wird uns ein Gericht, ein Gericht von mir. Wir können feiern, wir können zu mir, wir können uns kaum gebrauchen, wir können uns kaum verlieren. Wo bleibt die Luft, wo steht die Zeit, wo Herr das Glück, wo Himmel bleibt, was muss uns noch passieren, damit wir uns. 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 Es ist sehr aufregend, sehr aufregend. Zuhause. Das ist aber süß. Ich hab keine Beine. Es flogen sogar einmal BHs, aber die hab ich direkt weitergegeben in meiner Oma, die oder Dach. Das war nicht so schön. In Wirklichkeit ging die am Bus und ging mit Telefonnummern für Live-Fürmer. Des Buses. Die auch denken, da hängen die das Image-Brücke selber rein, ne? Wenn man abgehend vom Mietauto in den Crew da rüberkommt, ne? Es ist so...